hallo zusammen und willkommen zurück bei gold rush the game so über nacht ist mir eine idee gekommen mit dem bagger kommen wir nicht weit und die raupe ist momentan für uns absolut überflüssig deswegen möchte ich was ausprobieren und ihr seid live dabei ich möchte in die stadt fahren und bei dem maschinenhändler versuchen die sachen zu verkaufen ich bin gespannt ob das funktioniert normalerweise gibt es ja die option bei dem händler dass man die sachen transferieren muss also gegen gold hierher bringen was ist gegen gold gegen geld und ja jetzt wollen wir das geld in die hand nehmen und das wieder zum händler bringen ich hoffe das geht und dass wir dann verkaufen können ansonsten wäre das ein ziemliches manko und da beabsichtige ich halt die raupe und den kleinen bagger zu verkaufen um den großen bagger zu kaufen das ist der plan den ich dabei verfolge weil wenn wir da schon hoch juckeln den berg dann soll sich das schaufel mäßig wenigstens lohnen und die schaufel kapazität von dem großen bagger ist halt wesentlich größer weiß auch nicht ob das geld mäßig dann überhaupt reicht aber ich glaube das dürfte reichen ich weiß auch gar nicht mehr was die raupe gerade gekostet hat 49 so in dem dreh so jetzt kommt wieder der lader hier der lade screen ich brauchte diesmal auch nicht die arbeiter einstellen die tickern hier fleißig runter aber ich glaube die haben seit dem letzten marsch wieder 3000 abgezogen mal ist es so man lädt den spielstand und ziehen einen diese rate von 3000 ab und mal ist das halt nicht das ist recht komisch so oder ploppen immer noch die sachen auf aber es gab ja noch kein patch wieder ich bin so gespannt ob das funktioniert cash only ja ja so was kosten der große überhaupt 74 und der kleine hat er gekostet 28 so transport und check out haben wir hier wir gucken mal bei check out zuerst bestellung das sieht schon mal nicht gut aus benutzen bestätigen lagerraum hier haben wir auf jeden fall auch die anderen sachen bulldozer duplex chic kleiner bagger nein wir nehmen bulldozer bulldozer transportieren kostet 1500 bestätigen und jetzt noch mal benutzen also hier können wir nichts machen da können wir wirklich nur transportieren sonst können wir absolut nichts auswählen ja ist in meinen augen ein ganz großes manko wenn man geld braucht 74.000 so dann heißt es wir laden unseren alten spielstand wieder dann hat das keinen sinn und wir hätten sonst das geld umsonst ausgegeben das ist echt mega ärgerlich guckt jetzt haben wir wieder komischerweise 30.000 das ist echt komisch die arbeiten auf jeden fall ich überlege ob wir noch mehr einstellen haben wir noch irgendwo möglichkeiten was zu tun ausfälle transport ausrüstungsgeschäft coming soon alles coming soon maschinenhandel maschinen bestellen aber ich will verkaufen so das ding ist gemietet parzelle old arnold die frage ist nur wie wie viel können wir die auch kaufen weil wir bezahlen ja jetzt provision bei miete 0,2 ja was ist damit gemeint können wir das kaufen ok das haben wir jetzt erst mal gemacht wer weiß wofür es gut ist so und die haben wir und die sind auch alle am arbeiten rütteltisch schüttkasten handbetrieben und dann schauen wir mal wen wir noch so haben 39 58 ist hier einer das ist der beste freddie wiese freddie wiese ok den stellen wir mal an gehen auf abbrechen nein da wollte man nicht hin so der hat dann nichts zu tun können wir auf den kleinen bagger zuweisen obwohl wir den selbst benutzen gut haben wir gemacht abschalten so gucken ob sich das alles rechnet dann bleibt uns nichts anderes über als tatsächlich hier lang zu fahren laufen die anlagen wahrscheinlich nicht ach so ja ja die show recht so so mit wasser ist das ding versorgt dann stellen wir es mal an hier ganz schöner lärm hier ok es läuft dann wollen wir mal zusehen das ist ein echt weiter weg das hier vorne hatten wir ja schon hingeschoben ne wenn wir das wenigstens hier hochschieben könnten das können wir gleich nochmal ausprobieren aber ich glaube nicht dass das klappt das glaube ich nicht dass das klappt so jetzt muss ich erstmal wieder mich dran gewöhnen umgewöhnen vom LS am besten fahren wir rückwärts dahin dann sparen wir uns schon mal die Zeit der Drehung aber so ist das äußerst mühselig wir probieren das gleich mal aus nochmal mit dem Bulldozer ob wir hier Erde hochgeschoben kriegen so jetzt muss ich nur nochmal gucken die Sicht war doch ganz gut kann ich nicht freidrehen hat das überhaupt was gebracht oh ja doch 2% yeah so ich probiere das jetzt nochmal aus hier ich hoffe ihr versteht mich überhaupt bei dem ganzen Lärm ähm wo ist der Bagger dort hinten so Schild runterfahren er walzt das nur platt und weiter will er nicht da bräuchten wir den Radlader der könnte wenigstens die Sachen da oben hinkippen wenn ihr versteht was ich meine einmal hier richtig ausheben da oben hin und dann wäre gut ich verstehe es auch nicht warum das ein schwerer großer Radlader sein muss so ein kleiner würde ja vollkommen reichen tja das bringt nichts war eine gute Idee bringt nur nichts oh man ich will nur hoffen dass sich die Ausbeute dann auch da tatsächlich mal lohnt Moment nein da muss ich hin genau echt übel ich weiß gar nicht ob ich euch das so lange zutrauen kann hier sind wir da drüber nein natürlich nicht okay wir gucken mal ob wir die ne das ist zu weit weg da sehen wir nicht was Phase ist inwieweit sich das lohnt es gibt aber Geräusche von sich jetzt wird es auch schon dunkel das heißt gleich machen wir dann Feierabend wir schmeißen noch eine Schaufel da rein dann müssen wir mal das Geld im Auge behalten aber ich glaube das wird wirklich nur abgebucht wenn wir neu laden ansonsten muss ich tatsächlich mal vielleicht ein bisschen offscreen arbeiten obwohl es eine richtig stumpfsinnige Aufgabe ist das hängen wir da vorne fest ups haben wir müssen so boah Mann 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 okay nichtsdestotrotz es wird jetzt zu dunkel wir gehen erstmal pennen ich hoffe das ist nicht schlimm wenn die Anlage weiterläuft so ähm bis zur Dämmerung 770 haben wir auf jeden Fall Kohle abgezogen deswegen ist es eigentlich besser nachts durchzuarbeiten weil dann kriegt man weiter Gold von seinen Angestellten aber wie ja schon in den Kommentaren geschrieben wurde die ist auf dem Handy gucken für die ist nachts ein bisschen blöd es sei denn wir leuchten das vielleicht weiter aus hier so na wo bleibst du denn jetzt hängen auch hier vorne ok wir schmelzen auf jeden Fall gleich nochmal Gold ein damit ihr auch was anderes seht noch heute und dann werde ich mal tatsächlich eine Runde Offscreen baggern müssen ah Tja, ab und zu bringt es 1%. Ab und zu gar nichts. Holla, die Waldfee. Ja, aber nichtsdestotrotz müssen wir Gold haben. Geld haben. So, Shaker. Na, willst du wohl? Oh, himmlische Ruhe. Euch machen wir auch besser aus, ne? So. Ruhe hier im Puff. Echt ärgerlich. Das Geldticker hat wahrscheinlich wegen unseren Angestellten runter, ne? Denk ich mal. Der Sven hat auch noch den Vorschlag gemacht, eine zweite Parzelle zu mieten. Und eine zweite Hockpen zu kaufen und die dahin zu platzieren. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Jetzt bin ich auch mal gespannt auf den Goldpreis. Vielleicht hat er deswegen ja auch anders berechnet, weil wir müssen ja noch unseren Abtrag leisten, ähm, wenn wir, wo sie gemietet war, 0,2. Was auch immer die 0,2 heißt, oder was ist die 2? Ich weiß es jetzt gar nicht. 0,2 von 1 würde ja heißen 20%. Würde sich vielleicht, äh, aufgehen. Weil ich ja gesagt habe, das letzte Mal, hä, das kann doch gar nicht sein. Da hatte ich das ja leider nicht ausgerechnet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt auch tatsächlich das kriegen, ähm, was dort angeschlagen steht. Weil wir uns ja jetzt gehört, die Parzelle. So. Hier müssen wir reinschauen. So, und raus. Okay. Erz verkaufen, 1.202. Das wollen wir ja jetzt nicht. Wir wollen jetzt schmelzen. Obwohl, jetzt können wir mal gucken. 7,8. Ja. Verkauf, 7.475. Kommt also nicht hin. Wenn ich das ausrechnen würde, 7. Nur die 7. Ohne die 0,8 bin ich ja schon bei 8.400. Da werden wir schon um 1.000 Dollar beschissen. Plus die 0,8. Ne. Und hier steht auch weiter nichts. Schmelzpreis ist klar. Schmelzdauer, Verlust an Gold, 5 bis 9%. Gesamtes geschmolzenes. Achso, was wir insgesamt verkauft haben. Okay. So. Verlust an Gold, 0,7. Haben wir einen 7 Unzen Barren. Liegt da drin. Und dann fahren wir eben zur Bank. Aber da kriegen wir auch nur 7.000. Das rettet uns mal gerade zum nächsten Tag. Und wenn ich dann wieder neu lade, rubbt da uns ja wieder die 3.000 ab. Oder ich lade mal mehrmals. Weil das ist ja nicht jedes Mal. Habt ihr ja vorhin live gesehen. Und ich hatte nichts anderes gemacht. Handbremse. Vergessen wir immer wieder. So. Na, hänge ich da irgendwo fest? Hallo, so dick. So dick ist er aber nicht. Was war das für komische Geräusche? Na komm. Mach die Tür auf. So, Goldbarren. Ah, jetzt steht der Wert da. Steht er schon immer da? Und jetzt hat er eine sofort da stehen gehabt. Okay, das haben sie gepatcht schon mal. Aber, ich gucke nochmal wegen dem Kredit. Da haben sie noch nichts gemacht. Obwohl, hier steht jetzt der laufende Kredit. Jetzt steht es da. Alles klar. Das war vorher auch nicht da. Tagessatz 3357. Die müssen wir auf jeden Fall bringen. Okay, Leute. Ich fahre jetzt zurück. Und würde sagen, gebt mal eure Kommentare ab, was wir jetzt am besten machen könnten. Ich will nicht schon wieder cheaten. Aber ich finde es unglaublich, dass man das gebrauchte Gerät nicht verkaufen kann. Da könnten wir uns locker den großen Bagger von leisten. Das wäre ein riesiger Gewinn. Okay, Leute. Ich wünsche euch nichtsdestotrotz. Einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao. Tschüss und ciao. Vielen Dank.